Hallo! Zurück zu Zombie! Kann mir eigentlich jemand mal verraten, warum ich meinen Rucksack beim Schlafen auflasse? Habe ich Angst, dass mir den jemand klaut? Ich bin hier ganz alleine! So. Okay, also wir müssen jetzt zum... Da habe ich übrigens immer noch nicht das Ding gefunden, wa? Naja, egal. Brauche ich auch nicht. Ich habe den Brief, das reicht. Ähm, nein, da wollte ich nicht hin. Genau, Tower von London. Da müssen wir hin. Was habe ich so noch dabei? Jede Menge... Heilung, auf jeden Fall. Gut, auf zum Tower von London. Lasst uns ein wenig Sightseeing betreiben. Tower von London, Tower von London, da. Tower von London! Nichts viel hin. Gibt es doch nichts schöneres, als wenn man in London ist, zum Tower zu fahren. Äh, zu kriechen. Durch die Kanalisation, meinte ich. Ähm. Okay, das ist das Ding, das wir... Wo wir die Karte haben. Jetzt muss ich herausfinden, wo der Bereich beginnt, wo wir die Karte nicht haben. Zu die Tür. Ich habe gar keine Ahnung, wo der Bereich ist, wo wir die Karte nicht haben. Oh, ist irgendwas drin? Natürlich nicht. Hallo. Kann ich mal Knoen aufstellen hier? Testungen waren doch immer dafür da, dass man dann... naja, ne? Die Gegner draußen halten hat. Könnte man sich doch eigentlich hier gut verbarrikadieren. Oh, ich mach mal dicht aus. Jetzt nachher bald wieder alles alle. Jetzt waren wir so gar nichts, wa? Hier war das mit dem Umschrauber? War das hier? Häufig gar nicht so genau. Tür geöffnet. Ich will die Privatsphäre nicht stören. Aber ich will da rein. Klappt ja super. Mhm. Ob das wirklich so ist wie das Original? Hm. War ja sehr effektiv. Ob das komplett anders ist als das Original. Ich hab grad gedacht, die Tür schubst mich jetzt runter. Ich bin wieder mal tot. So. Wollen wir mal schauen. Wo geht's hier hin? Ja? Hallo? Hallo, wer bist du denn? Geil. Das Witzige ist, dass ich gar nicht weiß, wie man da hochkommt. Komm mal rüber, mach mal die Tür auf. Hm. Hab ich grad zwei Ratten verscheucht? Entschuldig. Wollte ich nicht. Hm. Super. Ich bin da nicht. Skyrim ist deinem Schaden. N Jungen. Ist ja definitiv. Wollte ich nicht. Was würde ich dafür tun. Ja. Ich bin da. Ich bin da. Ich versuchte die Tür. Ich bin da. Nimm das! Und dies! Und den hier auch noch! Hier hängt dieses Teil. Bist du? Bist du leer? Wo? Ja, ist leer. Wo ist denn jetzt hier dieser... ...schöne Bereich, den ich suche? Hallo? Hallo Funkgerät? Ach, hier ist wieder irgendeine Stärke... ...müsste sich das nicht auf die Web auswirken? Bretter, nein Bretter, will ich nicht, brauche ich nicht, danke. Muss ich so reingucken. Ja, hier ist nichts drin. Ist doch eine von diesen Störsern dann irgendwo stehen. Und wenn man sich gerade bewusst macht, wo ich bin... ...dann durch so'n Regen... ...also hier durch so'n... ...durchkriech... ...durchkriech... Das ist so ne komische. Was macht die hier? Ich wechsle mal kurz. So eine Kindergärtnerin. Was macht die hier im Gulling? Hat sie nicht alles aushält. Ja, schön mit dem Rücken an die Wand. Irgendwann down. Unglaublich, was sie aushält. Hier bin ich, Bitch. Ich glaube, das war's. Ach, die hat meinen Scanner gestört. Eine Kindergärtnerin. What the fuck? Oh, diese Kindergärtnerinnen. Ich glaube, das hat mir ja auch keine Technologie benutzt. Eine Leuchtrakete. Klar. Brauche ich. Sofort. Für diesen Bereich habe ich anscheinend keine Kameradingens aufgedeckt. Guck mal. Also hier muss es ja denn irgendwo sein. Oder? Ach nee, das war glaube ich auf keinen der Karten verzeichnet das Gebiet. Oder irgendwie so oder was. Ich glaube, es muss ja sonst eine neue Ladezone sein. Irgendwie so. Ja, ist ja gut. Ich glaube, wenn dieser Sprengfuzzi auftaucht. Warte nicht hier. Hier war ich schon. Ich glaube, hier ist nicht viel. Was ist hier? Kuchen, Kekse oder sowas? Ja, dieses Geräusch dazu. Hm. Okay, hier ist erstmal nichts. Also so überhaupt nichts. Das ist schön für Sie. Entschlüssel, ja, das hatte ich schon. Leuchtrakete, okay. Kann ja auch umschauen. Kann ja sagen, dass hier noch irgendwas ist, was ich übersehen habe. Irgendwas Wichtiges. Streuungsverminderung. Interessant. Früher musstest du Mitglied der königlichen Familie oder die Ex-Frau des Königs sein, um hier sterben zu dürfen. Ach, das nennt man wohl Fortschritt. Ich bin für Fortschritt. Lass mal stecken, Junge. So. So, nix zu wollen. Gut. Hm. Irgendwie weiß ich nicht, wo ich hin soll. Tower von London hat anscheinend zwei Abschnitte. Ich fände den zweiten Abschnitt nicht. Ja, komm her hier. Das alles Touristen waren, die denn hier verstorben sind? Oh, hat sogar Spice. Pfeile. Pfeile bei sich. Pfeile bei sich. Weißt du, die Wärter sind hier auf dem Mittelalter-Look rumgelaufen. Da kannst du eigentlich froh sein, dass hier keine Pestbeulen im Kettenhemd rumtorteln. Das wäre ungünstig. Natürlich, man soll das schwer downen, würde ich sagen. Ich steckst du zufällig fest. Soll ich dir helfen. Problem gelöst. ein infizierter sprudelwasser das können sie behalten sturmgewehr munition glatt übersehen also mein munitionsvorräten tut es auf jeden fall nicht schlecht hier rum zu laufen ach so das war das sprudelwasser wenn es wenigstens kunk wäre wo bin ich denn hier schokolade er super jetzt bin ich wieder hier sag mal zwei milch fühl ich mich verarscht wo ist hier der zweite abschnitt von diesem scheiß tower of london jetzt komme ich von der anderen seite das ist doch ein hohen hier ich muss glaube ich nochmal wieder hier hör auf zu hecheln ach shit ach man ich weiß immer noch nicht wo diese andere abschnitt ist von diesem scheiß tower und wie man da hinkommt ja leute ich würde sagen hier ist dann mal wieder folgenpäuschen bis morgen oder so je nachdem wie ihr es anschaut ansonsten bis gleich und ja viel spaß tschüss 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 Vielen Dank.